Moin Leute und mal wieder herzlich willkommen zurück. Tja, im letzten Part wurden wir schon mehrfach von finsteren Gesellen angefallen und überfallen, aber wir sind ja immer noch in Berekost und ja, sind noch nicht draufgegangen und jetzt stehen wir hier vor dem brennenden Zauberer und wollen wir mal gucken, was uns da drinnen erwartet. Zu Long und ein Schankwirt sind da. Naja, dann wollen wir mal gucken. Verfluchte Hopgoblinschweine, sie haben mir die Stiefel einfach von den Schüßen gerissen und sind in das Ödland südlich von Berekost verschwunden. Ich zahle euch 100 Goldmünzen, wenn ihr ihnen zeigt, wer hier der Boss ist und mir meine Stiefel zurückbringen. Hey, wenn das nicht Keldat Ormlier ist, wer ist denn Keldat Ormlier nochmal? Das sagt mir irgendwas. Die Gruppe hat 25 Gold eingebüßt. Moment mal. Hey, ist das nicht talentiert? Okay, ich rede ihn nicht mehr an. Der Beschwörer, wenn ich mich nicht irre. Gut, dann müssen wir wohl erstmal... Der hat mir einfach mal 55 Gold geklaut. So, mal gucken, was die hier machen. Er hat auch nur Gerüchte und Schlafen. Na gut. Gucken wir nochmal nach hinten. Gut, hier ist auch nichts. Dann gehen wir mal nach oben. Okay, Aufstellung. Splend. Gilne. Wie bitte? Lasst mich in Ruhe nach Feuerwein mit euch und ich hoffe, ihr holt euch da die Gicht. Äh, Feuerwein? Was und wo ist das denn? Wir sind mehr am Lokalkolorier interessiert. Ich rede von den Ruinen der Feuerweinbrücke. Liegt ziemlich weit im Südosten, aber ein paar kräftige Beine werden euch da sicher hintragen. Ich würde mir auch überlegen, ob sie auch für den Rückweg kräftig genug sind. Die Feuerweinruinen sind eine richtige Todesfalle für unerfahrene Abenteurer. Aha. Was könnt ihr mir denn noch erklären? Was? Ich? Sehe ich so dumm aus, an einem solchen Ort rumzustaukeln? Wenn ihr mehr Infos braucht, rede mit den Halblingen in Guliken. Sie sind neugierig bei solchen Sachen und helfen euch bestimmt. Ich warne euch nochmal. Das ist kein Ort für junge Leute. Alles klar. Da gehen wir dann später mal hin. Und Berregorst hier im Tempel. Der Tempel im Osten hat eine schöne Aussicht, wenn einem sowas gefällt. Mir gefällt's nicht. Mir gefällt's sowieso nicht viel. Ihr gefällt mir übrigens auch nicht. Ät. Ja, ist ja gut. Schilder eine Basis. Hm. Okay. Monteron. Och komm, Monteron. Die Wegfindung ist ja schon mal wieder spitze. Okay, ihr wartet hier unten, während... Ihr wartet hier unten, wie ich schon sagte, während mein Nummer 1 Superdieb... Haut ab! ...versucht, dieses Schloss zu knacken. Nice. So. Zehn Erfahrungspunkte haben oder nicht haben? Gut, das konnte er nicht. Das konnte er auch nicht. Dann bleibt es wohl bei zehn Erfahrungspunkte haben oder nicht haben. Oh, das ging aber. Ein Durch. Worum geht es diesmal? So, dann mal los. Wie ihr wünscht. Oh, stark. Stark. Streitkolben. Yes, please. Nehmen wir mit. Identifizieren wir auch gleich. Mit einem Streitkolben kann Büpp ja einigermaßen umgehen, glaube ich. Oder was? Morgensterne? Monteron holen wir den Stein da noch ab. Sehr gut. Der da unten, der Hanse, kann ich identifizieren, aber... Wir wissen ja, dass der Schmied es kann. Bürger. Bürger. Stadtschreier. Stadtschreier wissen immer was. Oh Gott. Held, Held. Auf befehlte Stadt gewonnen ist von Bericorst. Keldat Ormlie. Ach, das ist dann wohl, Keldat Ormlie. Latandas strahlendster Diener. Moment, ich muss hier für meinen guten Kumpel Geroidolo was einfügen. Latanda, lass deine goldenen Eier erstrahlen. So. Und im Interesse seiner Bewohner wird hiermit ein Kopfgeld ausgesetzt auf die Ergreifung des wahnsinnigen Priesters Basillus. Für die Verbrechen wieder die Natur, die er begangen hat. Derjenige, der dem Tempel des Morgengesangs Beweise seines Ablebens erbringt, wird mit nicht weniger als 5000 Goldmünzen. Okay, daran kann man schon mal ein bisschen fühlen, dass das eigentlich auch ein Quest für die Zukunft belohnt werden. Der Mörder Basillus. Was ist das hier? Steht da irgendwas dran? Ach, hier oben hatten wir nochmal wieder Kisten, die wir nicht aufbekommen haben. K. Ich mach mal hier so. K. K. Worum geht... Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Nö. Immer ist hier alles abgeschlossen. So als wollten die Leute gar nicht mit einem reden. Wie ihr wünscht. Allein, allein. Wie ihr wünscht. Hallo, Schatz, du bist recht für Ruhe. Oh, Entschuldigung. Ich habe in der Tat Besuch erwartet, aber nicht solchen wie euch. Geht, bevor meine Begleitung kommt. Ich werde es nicht zulassen, dass ausgerechnet jemand wie ihr mir die Stimmung vermisst. Jo, also ich richte mich dann hier mal häuslich ein. Verschlossen, gut. Dann gehen wir doch mal wieder auf Beutezug. Hä? Achso, hier ist nix. Hier ist auch nix. Und hier? Hier ist doch schon seine schlafende Frau. Kommt eine andere Begleitung. Ach, verdammt. Ich bin schon wieder voll gefühlt. Okay, das heißt... Los, komm schnell, Immuhen. Ausgerobbt. Okay. Na, kommen die Cops, wenn ich hier... Was stand da? Jemand hat euch bemerkt. Ihr hört, wie die Wache gerufen wird. Gut, das Haus... Oh geil, man kann ja raus- und reinzoomen. Das wusste ich gar nicht. Uh, das sieht aber gut aus. Matschi, matschi. Gut, lassen wir es mal so. Rausgezoomt ist ja noch ein bisschen besser. Hat man ja noch ein bisschen mehr Übersicht. Okay. Ja, dann würde ich ja gerne mal diese Feldpost in. Finden. Ja, Feldpost wird zwar schön. Denn da kann ich bestimmt auch Sachen identifizieren lassen. Und dann... Joa. Sind wir hier mit Beregost. Fürs Erste wahrscheinlich doch auch schon wieder durch. Wird jeder verschwindet. Solches Gesinne wie euch können wir hier nicht besonders gut leiden. Marl, sagt's ihnen mal. Ja, was willst du denn? Hey, ich hab euch doch gesagt, ihr sollt euch verdünnisieren. Wir können keine Fremden gebrauchen, die hier Unruhe stiften. Nicht nötig, gleich rumzuschreien. Dieses Gasthaus ist für alle da. Ich schrei rum, wie es mir gefällt. Ich hab die Nase voll von durchgedrehten Abenteuern. Und die sich mit allerlei zweifelhaften Gesindel anlassen und dann auch noch Ärger hier machen. Was habt ihr darauf zu erwidern? Hehehe. Hua, nun mal immer langsam. Immer freundlich bleiben. Wie wär's, wenn ich euch eine Runde ausgebe? Ich bin nicht euer Freund. Ihr seid nicht meim. Und auf der neunten Ebene muss erst Winter werden. Auf der achten Ebene der Hölle ist, glaub ich, Winter. Bevor ich mit Leuten wie euch ein Trinken gehen würde. Euer schmütziges Verliesgeld könnt ihr behalten. Am liebsten würde ich euer Totengeld wieder dort einbuddeln, wo ihr es her habt. Wat? Werden jetzt alle böse? 650 Erfahrungspunkte? Ja. Wie ihr wünscht. Okay. Das, ähm, ist ja interessant. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Wie kann ich helfen? Hat er noch irgendwas dabei? Ihr braucht nur zu fragen. Hm. Den hätte man bestimmt auch überreden können, dass er einen nicht angreift. Aber da war ich jetzt zu doof. Na, für den lade ich auf jeden Fall nicht nochmal. So, Duncan. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr Morden ist ungeheuer. Ja. Ja, ich habe mich nur verteidigt. Okay, erstmal zum Schankwirt. Dann können wir hier weiter rumlaufen. Oh, da ist noch eine mit Namen. Können wir uns mal merken. Lasst euch bitte nicht sehen. Fremde sind zur Zeit nicht wohlgelitten. Was wollt ihr denn? Wer kann nicht identifizieren? Die Geschichte der Schicksalsmünze. Okay. Schutzamulett. Kann ich mir nicht leisten. Kann ich mir nicht leisten. Ketten im Plus Eins. Gott, oh Gott. Aha. Gespiegeltes Ebenbild. Habe ich den schon? Taubheit. Glitzerstaub ist auch ziemlich gut. Wieso kann ich das nicht kaufen? Ach, wenn mein Inventar voll ist. Also das können wir erstmal verkaufen. Das brauchen wir nämlich nicht. Das kauft er nicht. Aber den Kram kauft er. So, und dann können wir die beiden kaufen. Das ist doch schon mal schön. Taubheit ist gut gegen Magier, glaube ich. Aber muss nicht unbedingt sein. Glitzerstaub ist der zweite Grad, ne? Können wir noch gar nichts mit anfangen. Hä, wo ist denn der andere zweite Grad? Ach, da ist er bei ihr. So. Und identifizieren konnte er nicht. Schade, sage ich dazu. So, wo ist sie? Gelirn, da. Komm her, hier. Oh, hallo. Ich bestehe darauf, dass ihr mit mir eintränkt. Ihr scheint wirklich Spaß zu haben. Mein täglicher Spaziergang macht mir echt Spaß. Ist es schon Zeit für Brötchen? Stark. Ah, ich glaube mit... Was ist er denn für einer? Er ist nur ein Bürger. Na gut. Hier ist nix. Da hinten steht noch He... Hefes. Hefeweizen. Auf geht's! Run, kleiner Freund. Und 99 Humpen hängen an der Wand. 99 Humpen hängen an der Wand. Und wenn dann einer herumgereicht wird, dann sind es nur noch 98 Humpen. Hängen an der Wand. Das kenne ich doch mit... Mit einem Sack Zement. Algernon. Ich glaube, der hat einen guten Umhang, den man ihm klauen kann. Soweit ich mich erinnere. Ich weiß nicht, ob man da einfach stilen kann, aber der hat auf jeden Fall noch eine Kiste. Dup-Di-Dup. Dup-Di-Dup. Hm. Ich habe das nicht geschafft. Sehr schade. Da ist nichts. Und hier... ...ist auch nichts. Ja, dann reden wir doch mal mit Alganon. So. Okay, das ist kein... Er will keine Besucher. Ja, ich weiß nicht. Okay, ich kann euch ja mal zeigen, wie Taschendiebstahl vielleicht funktioniert. Erstmal gucken, wer da überhaupt geübt da drin ist. Taschendiebstahl hat er 35 und sie... 25, das heißt, er ist besser. Aber 35 ist eigentlich nicht besonders viel. Ja, das passiert dann. Und dann wird er böse. Na gut, wir laden schnell. Das wollen wir ja nun nicht. Quicksave! Okay, dann gehen wir mal wieder. Wir kommen später wieder. Bis bald! Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Und noch immer nichts zum Identifizieren. Und auf die Karte... ...kommt der nächste Punkt. ...Alganon. Fertig. Dann ist jetzt wohl dieser Bereich da unten dran und dann kämpfen wir uns nach oben durch. Halt, Moment mal, waren wir denn nicht... Oh, da waren wir, aber hier waren wir nicht. Oder haben wir die Tür noch nicht aufgekommen? Worum geht es dies? Ihr braucht nur zu fragen. Wie ist gar nichts? Doch, da unten ist eine Kiste. Ja, das sieht hier leider alles irgendwie immer ziemlich ähnlich aus. Oder man könnte auch sagen, sind alle vom gleichen Architekten erbaut worden, nicht wahr? Kurzschwert. Ich wollte nie mehr, natürlich. Allemal... Ihr habt es nicht, ihr habt es nicht. Ihr habt es nicht geschafft, hat es auch nicht geschafft. Okay, also Kiste. Ist das blöd. Ist das blöd. Der Schurke muss dringend aufsteigen. Herr Monteron ist auch ziemlich mitgenommen. Ach, von Mal. Mal hat ihm eine reingehauen. Lass das mal. Oh, guck mal da. Hier waren wir doch, aber hier unten sind wir doch langgegangen. Erzähl mir doch nichts. Dann habe ich das hier vergessen? Das fand ich so besonders schlau. Sudele. Kann man hier noch irgendwo rein? Nein. Kommt man da wenigstens durch? Ja. Stark. Dann haben wir da noch ein bisschen schwarz. Wollen wir mal gucken, wie sie sich da machen. Aber müssten sie eigentlich hinkommen. So, und dann müssten eigentlich alle Türen offen stehen. Ach, ich wollte den Streitkolben noch identifizieren. Das mache ich auch auf jeden Fall. Ja, das mache ich auch mal eben schnell noch. Und dann kann ich auch mal den Kram identifizieren, der da noch, da war ich auch dran, ja, der da bei mir noch im Inventar schlummert bei Bipman. Der Ring. Ja, und dann muss ich bei nächster Gelegenheit... Ich glaube, das andere verdoppelt meine Zauber oder so. Ich kann eigentlich auf Stufe 1 nicht so viele Zauberslots haben. Na, seid ihr mal wieder die Wegfinder vor dem Herrn? Wie ihr wünscht. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Schade, da können nur alle rein. Worum geht es diesmal? Ihr schafft das. Ich glaube an euch. Wie ihr wünscht. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Ja, für nur ein klitzekleines bisschen mehr. Die will er nicht, die goldenen Pantalons. Öh, verkaufen? Nein. Uh, das war knapp. Ach, Ringe kann er nicht. Er kann nur Waffen identifizieren. Der Bestürzer. Dieser Streitkolben ist nur schmal... Ist nicht nur schmal und elegant. Er ist regelwerfen ohne Werfen. Ein Schlag an die richtige Stelle und schon wird ein Feind völlig gelähmt. Stark. Kein Rettungswurf. Bei einem Treffer besteht eine Fünfund... Puh. Äh. Äh. Ja, ist klar. Okay. Ja, also, ähm... Darf ich vorstellen? Guten Tag. Ich bin heute... Ich bin heute unbesiegbar geworden gerade. Und den Ring noch wieder anlegen. Und den... Kampfstab plus eins. Ja, damit könnte ich jetzt auch anfangen, die Golems zu kloppen. Ja. Mit den Waffen. Wie ihr wünscht. Das sieht ja dann schon mal ein bisschen anders aus. Stark. Und der liegt da einfach so rum. Gut, dass ich die Truhe aufgebrochen habe. Stark, ey. So, was ist hier? Kommt man hier in diese Häuschen noch rein irgendwie? Das sieht doch irgendwie auch komisch aus hier. Ich werde mich in Hand umdrehen. Ich werde mich in Hand umdrehen. Lasst mich doch mal durch. Die Geschichte der Drachenküste. Tut mir leid. Nicht mein Ressort. Die Geschichte des Schattentals 6. Oh, da könnte man was über Elminster lernen. Hm. Ich hab's nicht geschafft, es mit Gewalt zu öffnen. Gucken wir nochmal schnell oben. Da schlafen sie wieder alle. Große Maisonett-Wohnung hier. Ich glaub, mit dem mach ich mir Schaden. Aber das hilft nichts beim Aufbrechen. Ja, da muss ich ja jetzt als beim nächsten Mal... Aufstieg... Beim nächsten Aufstieg muss ich dann ja unbedingt was in Streitkolben-Führung investieren. Dass sich das noch so lohnen wird. Stark. Ich hatte eigentlich so auf eine Flammenzunge spekuliert. Aber gut, ich nehm auch diesen Streitkolben. Und... Joa. Das magische Waffe. Ist man damit ja auch nicht... ...verkehrt. So, das letzte Mal sind da Wachen gekommen, als man so ne Kiste aufgebrochen hat, ne? Ihr braucht nur zu fragen. Hier ist ja wieder nix. Dann sind hier drei Sachen, ja. Nichts. Abgeschlossen und... Nichts. Ach, Kacke. Tja, muss ich auf der Karte gleich wieder mal ein bisschen was markieren. Ja, wie ihr wünscht. Mach ich aber eins für zwei. Eine Million für zehn. K und K. Da kommt man sicher... Fühlt man sich ja fast an Österreich-Ungar. Öh. Wie kann ich Hände, ihr braucht? Nur zu fragen. So. Da kann man auch noch rein. War ich auch noch nicht. Stark. Da auch, da auch. Ach, nö. Ich dachte, wir wären schon so super weit hier. Hier ist ein Butler. Stark. Oh, wäre unschuldigt. Aber wir haben einige Freunde erwartet, die schon seit langem hätten kommen können. Herr Kolkett wird sehr enttäuscht da. Ein bitte stört ihn nicht. Herr Kolkett, er heißt auch so. Das war ich nicht. Oi, der Dummschwätzer. Geil, der kommt aus Norddeutschland. Ich geb dir das Geld gleich zurück, Junge. Minion. Fremde in meinem Haus? Pah. Ist doch sowieso alles egal. Ich hab seit einer Woche nichts mehr von meinem Sohn und meiner Frau gehört. Da ist alles andere ziemlich unwichtig, du. Ich hätte sie in diesen gefährlichen Zeiten einfach mal nicht alleine lassen dürfen. Und schon gar nicht alleine reisen lassen dürfen. Lasst mich einfach mit meinem Kummer allein. Na, die sind bestimmt von Norddeutschland irgendwo in den Süden gezogen. Das kann ja nicht gut gehen. Hehe. Worum geht ihr, braucht nur zu fragen. Hier oben schläft ein Mann. Hm. Komisch. Nicht ganz konsequent zu Ende gemappt. Die Geschichte des Schattentals 8. Ein Fortsetzungsroman. Schubdidu. Schlafender Zwerg ist hier auch noch. Ja. Stark. Ich werde mich im Hand umdrehen, darum kümmern wir uns. Okay, aber hier haben wir immerhin alles ausgeräubert, was ging. Da kommen wir wohl nicht rein. Doch, da geht's auch noch rein. Ach, herrje. Na gut. Ähm. Wie viel Zeit haben wir noch? Gar nicht mehr so viel. Oh, guck mal da. Ah, ihr seid doch Gorions Zögling. Das einsame Kind aus Kerzenburg. Natürlich, ich habe von Gorions Tod gehört und drucke euch mein herzliches Beileid auf. Darf ich... Ihr habt euch hoffentlich in der Lektüre weitergebildet, seit ihr Kerzenburg verlassen habt. So, ein Satz zu Gorion und dann, naja. Ja, ja, die Welt der Bücher. Ich habe schon gehört, dass eine neue Abschrift des wunderbaren Schmuckers die Geschichte der Schicksalsmünze für eine schöne Stange Geld in einem der Geschäfte hier zu haben ist. Wärt ihr vielleicht so freundlich, das Buch für einen alten Mann wie mich zu besorgen? Ihr bekommt das Geld selbstverständlich wieder. Ich gebe euch sogar ein kleines Extra, um euch auf einen Reisen zu unterstützen. Es muss hart für euch sein, so ohne Gorion. Äh, ja, die Geschichte der Schicksalsmünze hatte irgendeinen Gasthof, habe ich doch noch gesehen und gesagt. Oh, ob er mich danach nicht mehr mag. Oh, stark. Das kann man offensichtlich machen. Firebird. Hat auch eine schlafende Frau hier oben. Er lässt... Obwohl er schon so alt ist, der alte Mann und so. Er lässt nichts anbrennen. Ja, ja, ja. Guti. Na gut, dann haben wir ja wieder eine neue Cool West. Aber ich würde sagen, das ist dann schon... Wohin geht es, die ihr braucht nur zu fragen. ...für den nächsten... Ja, er hat auch Firebird, Elfenhards Haus. Joa, dann hol... Also das nächste Mal, ich weiß nicht, Carl Gaines' Geschäft. Da müssen wir auch noch rein. Da war ich auch noch nicht. Hm. Landrins Haus war das mit den Spinnen. Ja, äh... Wo war das denn wohl? Da in der Feldpost direkt gegenüber. Ja, also beim nächsten Part habe ich das Buch dann schon und stehe dann schon wieder hier. Bis dann. Ciao.